Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Kolumna und ich bin heute wieder mit dem rationalen Rasenmäher unterwegs durch das Internet auf der Suche nach vielen spannenden Videos, auf die ich reagieren kann. Und da haben einige von euch mir folgendes Video hier geschickt und zwar von Dr. Aaron Brückner, einem Interview mit Dirk Müller und es nennt sich ETFs sind dummes Geld. Dann dachte ich mir doch, hey, das ist doch genau die Art von Video, auf die wir hier perfekt reagieren können. Also ich habe auch wieder mein Notizbuch mit, um fleißig Notizen zu machen und schauen wir doch einfach mal, was wir hier so lernen können. Seid ihr bereit? Ich bin es auf jeden Fall, auch wenn das Wetter nicht so gut ist. Egal, los geht's. Was keine Zeitverschwendung ist, dass ich meine Zuhörer im Vorhinein gefragt habe, was sie dir denn für Fragen stellen wollen, weil die Gelegenheit ergibt sich. Und ich habe drei Fragen aufgegriffen, die auch ganz gut jetzt in unseren Kontext passen. Die Rubrik heißt, was ich schon immer einmal fragen wollte und ich lege mal los mit Nils. Herr Müller, was ich Sie schon immer einmal fragen wollte, wie soll man bei einer TER, das ist die Gesamtkostenquote beim Investment, so viel als Nebeninfo, also wie soll man bei einer TER von knapp 2% in Ihrem Fonds langfristig Geld verdienen? Passive Anlagen wie ETFs kosten gerade mal 0,1 bis 0,3%. Also erstens haben wir keine TER von 2, sondern wir haben eine TER von 1,6. Aber das ist normal für einen gemanagten Fonds. Prüfen wir das doch ganz mal ganz kurz. Wir gehen einfach hier auf die Fondsseite von Dirk Müller. Da haben wir nämlich die Übersicht des Ganzen. Und wie wir sehen können, da das Fondsvolumen wahrscheinlich schon wieder ein bisschen angestiegen ist, beträgt hier die Verwaltungsgebühr insgesamt sogar noch weniger als 1,6, sondern mittlerweile nur noch 1,55% hier. Also Kosten sind gesunken, was ja schon mal durchaus positiv hier zu erwähnen ist. Das heißt die Gesamtkostenquote, was ein Fonds an Verwaltungsgebühr, Managementgebühr usw. hat. Eins vorweg ganz klar. Wenn ich mein Auto selbst repariere, mein Auto ist kaputt und ich hole mir die Ersatzteile und setze mich am Samstag am Straßenrand hin und schraube mir das Ding selber zusammen, dann ist das kostengünstig. Wenn ich in die Werkstatt fahre und lasse das jemand für mich machen, ist das teurer. Im Zweifel ist es aber besser gemacht. Das heißt ein Fonds, der gemanagt ist. Okay, hier ein interessanter Vergleich. Wenn ich natürlich selber mein Auto repariere oder wie er sagt, selber mein Geld anlege, zum Beispiel in ein ETF oder vielleicht auch in andere Aktien, dann ist das so ein bisschen herumbasteln auf Amateurbasis, so wie das hier klingt. Und wenn das professionell von einem Fondsmanager gemacht wird, ist es im Zweifel besser gemacht. Nun ja, im Bereich der Geldanlage müsste man ja hier einerseits schauen, okay, in welche Assets wird konkret investiert und welche Performance wird dabei bei welchem Risiko erzielt. Weil natürlich kann man doch immer sagen, hey du, ich habe mit meiner Aktienrendite viel mehr gemacht als du, aber wenn deine Aktienrendite irgendwie darin besteht, dass du mit deinen besten Freunden irgendwie dreimal am Tag russisches Roulette spielst, dann ist natürlich das Risiko nicht im Verhältnis zu der Rendite, die du gemacht hast. Schauen wir uns aber jetzt beispielsweise mal den Dirk-Müller-Fonds an im Vergleich zu seiner Benchmark. Den habe ich auch hier nämlich auf der Webseite finden können. Und zwar hier unten steht, der Vergleichsindex ist hier der MSCI World Value. Und jetzt werden viele von euch sich vielleicht fragen, hm, nicht der MSCI World, sondern der MSCI World Value. Was ist denn MSCI World Value? Nun ja, da werden wir einfach schlau, wenn wir auf der entsprechenden Webseite von MSCI selber schauen. Und hier seht ihr, dass dieser MSCI World Value Index aus den folgenden Konstruktionen hier besteht. Und zwar Buchwert im Verhältnis zum Preis. Also je niedriger das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist, desto besser. Da werden also viele solche Unternehmen wie beispielsweise Intel und Cisco und so weiter mit drin sein. Dann das 12 Monate Forward PE Ratio. Also einfach je niedriger das in 12 Monate nach vorne geschauten Kurs-Gewinn-Verhältnis ist, desto eher werden diese Unternehmen in diesem Index enthalten und eben die Dividendenrendite. Man sieht hier beispielsweise auch, dass der MSCI World Value in der letzten Dekade, kann man eigentlich sagen, hier den MSCI World underperformed hat. Weil eben natürlich vor allem solche Schwergewichte wie Amazon und so weiter, die auch keine Dividenden und so weiter zahlen und die in den vergangenen Jahren auch sehr häufig sehr hohe Kurs-Gewinn-Verhältnisse hatten, die natürlich im MSCI World enthalten sind, aber nicht im MSCI World Value und dementsprechend der MSCI World insgesamt besser performt hat. Wenn man sich jetzt allerdings hier mal die Aktien anschaut, die bei Dirk Müller im Fonds enthalten sind, das ist jetzt zumindest der Stand von letztem Jahr, dann sieht man, dass der eigentlich Activision, Alphabet, Amazon, Apple, gut, da gibt es natürlich einige Unternehmen, Apple schon eher und auch andere, aber auch viele Unternehmen hier drin sind im Fonds, die meiner Meinung nach eher eigentlich einen Vergleich mit dem MSCI World standhalten müssten, als dem MSCI World Value. Ja, weil wenn wir jetzt zum Beispiel uns auch den MSCI World Value anschauen und die topgrößten Holdings sehen wir auch jetzt beispielsweise viele solcher Unternehmen, die halt wirklich als klassische Value-Aktien gelten würden, Bank of America, Home Depot, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway und so weiter, wohingegen, wenn man sich jetzt erstmal so eine direkte Übersicht macht hier, Johnson & Johnson ist zwar auch drin, aber ansonsten hier Mastercard, Microsoft, Nasdaq Inc., NVIDIA, Nike und so weiter. Klar, ich würde sagen, es ist so eine Art Mischung, aber meiner persönlichen Meinung nach würde ich eher sagen, die korrekte Benchmark wäre der MSCI World, oder? Wie seht ihr das? Aber ist vielleicht jetzt gar nicht so wichtig, schauen wir erstmal weiter, was es noch zu lernen gibt. Bei den Leuten hinten dran sind, die sehr, sehr viel Zeit und Aufwand mit dabei verwenden, ein ganzes Team hinten dran ist, das kannst du nicht sonst machen, sondern es wird immer Geld kosten, vollkommen klar. Und das sind 1,6 Prozent. Die Quote, die wir haben, ist relativ niedrig im Vergleich zu vergleichbaren anderen Fonds. Noch dazu, da wir keine Performance-Fee nehmen, das heißt, also wenn es gut läuft, greifen andere gerne nochmal extra zu, machen wir nichts und sagen, das geht alles dann an den Anlegern. Was den ETF angeht, die ETFs, die haben tatsächlich eine niedrige Kostenquote, sind zwischen 0,1, 0,3, 0,5 Prozent, je nachdem, was ich für einen habe. Ich spare mir also 1, 1,2 Prozent pro Jahr, spare ich mir. Easy as that. Das Problem ist, ETFs sind dummes Geld. Muss man so sagen, es ist dummes Geld. Okay, bevor wir jetzt zum Kernthema kommen und ETFs sind dummes Geld, noch ein ganz kurzer Hinweis, was die Kosten angeht von dem ETF, der ja teilweise mittlerweile sogar schon bei 0,1 oder 0,2 Prozent liegen kann. Dann ist es natürlich so, wenn ich einen ETF habe, der eine Kostenquote von 0,16 Prozent hat, dann ist, so wie er jetzt gerade eben gesagt hat, ich spare mir die 1 Prozent, dann ist ein besserer Vergleich, wenn man sagt, dass der Fonds eben das Zehnfache hat an Kosten pro Jahr, wie ein ETF, der eben 0,16 Prozent kostet. Ich gehe aber so weit hier mit Dirk Müller, dass ich sage, die TER an sich ist nicht entscheidend, weil die Gesamtkostenquote am Ende des Tages ist immer die Tracking-Differenz, also eigentlich die Rendite, die insgesamt gemacht wird. Und wenn ein guter Fonds eben, keine Ahnung, jedes Jahr 5 Prozent irgendwie oder im Durchschnitt in den letzten 5 oder 10 Jahren 5 Prozent mehr Rendite als seine Benchmark macht, dann ist natürlich es vollkommen egal, ob der jetzt irgendwie 1,6 Prozent TER hat, weil dann hast du insgesamt eine viel bessere Performance natürlich erzielt als die entsprechende Benchmark-ETFs, die du gewählt hättest. Aber jetzt würde ich mal lernen, warum ETFs dummes Geld sind. Das völlig unüberlegt in den Gesamtmarkt investiert. Was wir im Fonds machen, wir investieren in die 30, 40 aus unserer Sicht besten Unternehmen der Welt. Okay, also völlig unüberlegt stimmt natürlich auch so nicht. Nehmen wir jetzt gerade mal solche Indizes wie den MSCI World oder MSCI World Value oder auch den S&P 500 Index beispielsweise. Nun gibt es erstmal gewisse Kriterien, die überhaupt erstmal nötig sind, damit ein Unternehmen in so einem Index auch auftaucht. Da werden also nicht irgendwelche Pommesbuden um die Ecke irgendwie mit reinkommen. Auch solche Cannabis-Stocks wie irgendwie The Green Organic Judgement oder so werden da sicherlich nicht in so einem S&P 500 Index mit inkludiert sein. Da geht es dann beispielsweise um den Anteil des Free Floats. Also wie viele Aktien sind für die Allgemeinheit käuflich und nicht irgendwie im Unternehmen durch Gründer oder Management gebunden. Das ist beispielsweise meistens mindestens 10%. Dann gibt es aber auch solche Sachen bezüglich der Liquidität der Aktie und auch tatsächlich bezüglich der operativen Performance. Das habt ihr ja vielleicht selber bei Tesla mitverfolgt. Die konnten erst dann in den S&P 500 aufgenommen werden und somit auch entsprechend in viele ETFs, als sie eben in vier entsprechenden Quartalen hintereinander auch operativ einen Gewinn ausgewiesen haben. Und obwohl sie davor schon eine entsprechende Größe gehabt hätten, rein was die Marktkapitalisierung betrifft, waren sie vorher noch nicht im Index. Und somit in einem entsprechenden ETF kann man sich schon sicher sein, dass eben die Unternehmen, die dort drin stehen, eine gewisse Track History haben, eine gewisse Kapitalmarkteffizienz, auch was die Volatilität, nicht die Volatilität, sondern die Liquidität und so weiter angeht. Das heißt, so ganz unüberlegt ist das natürlich nicht, was dort gemacht wird. So machen wir sehr, sehr intensive Analysen, suchen uns die Marktführer mit allen möglichen Details, warum das beste Unternehmen für uns sind. In die investieren wir. Ja, also hier gehe ich absolut d'accord mit Dirk Möller. Und wenn man sich jetzt auch hier beispielsweise mal die einzelnen Aktien anschaut, dann sieht man, dass da durchaus extrem interessante Aktien mit drin sind, die, von denen ich viele auch auf den ersten Blick für sehr interessante Investments und Aktien halte. Also ich denke mal auch, dass die Qualität der Aktienanalysen sehr gut ist. Natürlich gibt es ja auch immer wieder solche unglückliche Beispiele wie Wirecard mit auch einem entsprechenden Video, was wahrscheinlich viele von euch kennen. Klar, ist natürlich lustig im Nachhinein, aber ich denke mir, jeder Investor, egal ob Amateur-Investor oder professioneller Investor, wird kurzfristig oder langfristig immer auch mal eine Pleite irgendwie mit dabei haben. Und auch ein beispielsweise, wie heißt er nochmal, hier Bridgewater Associates, einer der größten Hedgefonds überhaupt hier, Ray Dalio, da gab es ja auch bei Gerd Kommer neulich einen Artikel drüber, der hat auch in den letzten Jahren einfach immer nur noch underperformed und verliert immer mehr Performance und hat auch eben immer mal wieder einfach katastrophale Investments mit drin. Das heißt, egal ob du ein professioneller Anleger bist und das Kapital von Millionen verwaltest, oder ein Privatanleger bist, du wirst immer auch einzelne Investments haben, die nicht aufgehen werden. Aber im Durchschnitt finde ich die Aktienauswahl hier durchaus solide, muss ich hier schon mal konstatieren. Wenn ich jetzt einen ETF auf den DAX... Also wie ihr seht, der rationale Rasenmäher, der geht wirklich ganz differenziert hier vor. DAX kaufe. Das heißt, ich mache eine Wette auf den DAX, ob der steigt oder fällt, bin also in alle 30 Werte des DAX investiert. Sind die 30 Unternehmen, die im DAX sind, tatsächlich die 30 besten Unternehmen der Welt? Da habe ich eine Deutsche Bank drin, da habe ich eine ThyssenKrupp drin, da habe ich eine Lufthansa drin. Also verdammt, ich finde bestand bessere Aktien auf der Welt als Lufthansa, Deutsche Bank und ThyssenKrupp. Aber ich bin da investiert, weil es ist halt im DAX. Das heißt, ich habe einen Haufen Luschen drin. Die waren vielleicht vor 20 Jahren mal gute Unternehmen, aber heute nicht mehr. Das meine ich mit dummes Geld. Es wird einfach irgendwo investiert. Mir ganz egal, irgendwas kaufe ich. Das ist so lange kein Problem, solange die Märkte alle nur steigen. Der ETF wird... Ja, also stimme ich hier in diesem Punkt auch zu. Tatsächlich wird natürlich schon indirekt aufgrund der Marktkapitalisierung schon gewichtet. Das heißt, ein Unternehmen wie ThyssenKrupp oder die Deutsche Bank, die ist natürlich in einem DAX-ETF bei weitem nicht so viel enthalten, wie beispielsweise eine SAP oder ein anderes größeres Unternehmen. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Art von natürlicher Auslese, die hier stattfindet. Ja, es gibt auch gleichgewichtete ETFs, die in jedem einzelnen Wert eines Indizes immer dieselbe Menge an Kapital investieren. Und das ist natürlich tatsächlich... Einerseits kann das ein großer Vorteil sein, andererseits kann es aber natürlich auch ein gewisser Nachteil sein, dass du eben zum Beispiel wie im DAX einige Krücken, sage ich jetzt mal, drin hast, die du dann immer wieder neu hochgewichtest wie alle anderen, obwohl sie einfach über die Jahre keine gute Performance erzielen. Aber sollte das nicht der Fall sein und die meisten ETFs und Indizes sind eben marktkapitalisierungsgewichte, dann wirst du auch langfristig eine natürliche Auslese haben und die Unternehmen, die auch operativ wirklich gut abschneiden und eine gute Aktienportformance haben, werden auch in dem jeweiligen ETF immer diesen sehr stark mit nach oben ziehen. Immer genauso steigen wie der Markt. Aber wir sagten, dass der Markt richtig ist, dass der Markt gut ist. Ich kann doch viel besser abschneiden als der Markt, wenn ich bessere Unternehmen habe. Und tatsächlich, wir sind besser als der Markt. Davon mal ganz ab. Ein ETF hat dieses Jahr ein ETF auf unseren Index etwa 6,5% verloren. Unser Fonds hat in diesem Jahr 9,7% gewonnen. Jetzt kann er sich mal ausrechnen, der Nils, wie viele Jahre die Düren ersparen kann, nur um die Differenz, die wir dieses Jahr mehr erwirtschaftet haben, als der Vergleichsindex reinzuholen. Dazu kommt, dass... Okay, bevor er jetzt weitermacht, ja, schauen wir jetzt nochmal kurz und überprüfen mit dem rationalen Rasenmäher, ob das auch wirklich stimmt. Er meint hier, also wenn ich jetzt mal schaue, das Video ist vom 3.2.2019, vom 3.2., ja, und das bedeutet, er meint wahrscheinlich, das Jahr 2018, wenn wir uns jetzt hier nochmal das Ganze anschauen, hier in Gelb habt ihr den Dirk-Müller-Fonds und in Blau habt ihr entsprechend einen ETF, genau den, den er jetzt zum Beispiel gerade angesprochen hat, also es muss nicht der sein, aber das ist jetzt hier einer von iShares auf den MSCI World Value. Ganz wichtig bei solchen Vergleichen, natürlich immer einen entsprechenden, thesaurierenden ETF wählen, sonst wird die Performance natürlich verfälscht, weil der Fonds von Dirk-Müller ist ja auch ein thesaurierender Fonds und wenn wir uns das jetzt anschauen hier im Jahr 2018, seht ihr jetzt hier, da ist jetzt, wenn wir jetzt wirklich von Anfang bis Ende des Jahres hier uns das Ganze anschauen, es gab ja am Ende des 2018 einen starken, eigentlich, ja, eine starke Kurskorrektur bei vielen Indizes, auch bei mir im Depot, bei vielen anderen Anlegern auch, ich hatte gerade mal noch eine Performance von irgendwie 2% in dem Jahr oder so, gerade weil im November, Dezember es richtig nach unten ging und das sieht man auch hier im entsprechenden Index, aber natürlich wird das Ganze entsprechend, ich ziehe das hier mal ein bisschen hoch, damit ihr es besser sehen könnt, natürlich wird das Ganze aber auch ein bisschen dann relativiert, wenn man sich jetzt über einen längeren Zeitraum die Performance anschaut und das dann vergleicht, weil hier sehen wir jetzt seit Auflage beispielsweise des Fonds, das war so Mitte 2015, bis jetzt, ja, hat insgesamt dieser ETF auf den MSCI World Value besser abgeschnitten als der Fonds, man muss aber auch sagen, bei, und das sieht man hier auch sehr schön, deutlich höherer Volatilität, ja, also auch hier Corona Crash, Womps, ging es ordentlich nach unten, während jetzt der Fonds von Dirk Müller beispielsweise eben halt diese starke, diesen starken Drawdown, Drawdown nicht hatte, ja, aber entsprechend trotzdem insgesamt hat er den ETF hier nicht geschlagen auf die gesamte Betrachtungsperiode. Dass ein gemanagter Fonds wie bei uns Absicherungen machen kann, wir tun das, das bedeutet, in der Phase, wie wir jetzt sind, sichern wir das Depot ab, bedeutet, der Markt raucht nach unten weg, wir verlieren nichts, so gut wie nichts, im Gegenteil, teilweise steigen wir sogar gegen den Markt. Ein ETF, dummes Geld, macht genau das, was der Markt macht, eins zu eins. Wenn der Markt sich halbiert, so wie 2008 oder 75% wie im Jahr 2000, dann ist er mit seinem ETF 50 oder 75% seines Geldes los, bei uns nichts. Wenn ich jetzt 50% meines Geldes los bin, kann ich mir überlegen, wie viele Jahre Gebühren ich bezahlen kann, bis ich das wieder raus habe. Solange es nur steigt, ist der ETF eine einfache Geschichte. Da bin ich vielleicht nur wie der Markt, ich könnte besser sein, aber das reicht mir, ist ja alles gut, dann spare ich mir die Gebühren, ist das wunderbar. Und wenn ich einen Fonds nehme, wie die ganz, ganz viele Fonds, und da muss ich ihm sehr, sehr recht geben, sehr viele Fonds machen genau das, sie bauen einfach nur den Index nach und haben zusätzlich noch die Gebühren. Da macht es wirklich keinen Sinn, da kann ich auch gleich einen ETF nehmen, da hat er vollkommen recht. Aber wir machen es bewusst anders, wie viele andere Fonds, die sich trauen, es anders zu machen, selbst zu denken, eben nicht dumm zu investieren, sondern intelligent zu denken und sich Analysen zu machen und sich vom Markt zu lösen, die haben eine sehr, sehr große Chance, besser zu sein als der Markt. Und die Analysen, die Statistiken und die wissenschaftlichen Untersuchungen, ich habe da eine Studie von Warburg dazu, die zeigen, dass die, die sich vom Markt lösen und es eigengeneriert machen, die Abweichungen nach oben viel, viel stärker und viel, viel häufiger sind, als die, die tatsächlich dann schlechter sind als der Markt. Also von daher ein aktiver, selbstdenkender Fonds kann sehr viel besser sein als der Gesamtmarkt und vor allem, er kann das Risiko begrenzen, was ein ETF nicht kann. Und ich bin auf die Tränen der Leute gespannt, die jetzt so in die ETFs getrieben werden, von vielen Journalisten, die genauso denken, sagen, ich eigentlich Quatsch, kein Fonds schlägt seine Benchmark. Wir haben sie geschlagen, wir haben unseren Vergleichsindex dieses Jahr geschlagen, wir haben es auf die gesamte Laufzeit, seien es uns gibt, geschlagen und wir haben auch auf Sparplanbasis, wir haben es auf allen Ebenen geschlagen, da kann keiner sagen, das gibt es nicht. Also die Antwort, warum er bei uns investieren sollte, ist gegeben, aber auch da. Okay, also wir haben das ja gerade schon mal mit einem Faktencheck, mit dem rationalen Rasenmäher überprüft und wir haben jetzt gesehen, diese Aussage, so wie er sie jetzt tätigt, zu dem damaligen Zeitpunkt, mag das gestimmt haben, aber jetzt insgesamt zum aktuellen Zeitpunkt ist diese Aussage nicht mehr korrekt. Ein anderer Punkt, den er jetzt auch noch hier mit angeführt hat, ist das Thema Absicherung. Ja, das funktioniert und das sieht man auch hier in diesem Report, weil es sind eben nicht nur hier Aktien enthalten, man sieht jetzt hier beispielsweise unten auch noch die gehandelten Wertpapiere und hier Terminkontrakte, das heißt, hier sind auch Future-Kontrakte, die hier eingesetzt werden vom Fondsmanagement und die sichern den Fonds in so einer starken Korrekturphase, wie jetzt hier beispielsweise damals im Corona-Crash, sichern sie eben vor starkem Verlust ab. Hier seht ihr es, aber das kostet natürlich und das kostet richtig viel, sich hier abzusichern, weil im gleichen Zuge ist es eben dann immer auch so, dass wenn diese Absicherungen erst mal getätigt wurden und die Kontrakte eingegangen sind, dann der Markt aber wieder sehr schnell aufwärts geht, es also eine starke Bewegung nach oben gibt und das kann man wirklich jedes Mal auch hier sehen, kommt der Fonds einfach nicht entsprechend schnell genug hinterher und es steht auch selber auf der Webseite drauf bei der Absicherungsstrategie, dass selbst wenn es eine Bodenbildung zu verzeichnen gibt, unabhängig davon, dass diese schwer zu bemessen ist oder es eine Erholung gibt, dass selbst dann diese Terminlimits und so weiter sehr schnell wieder in den Markt platziert werden, damit man eben nicht stark fällt. Das ist also meiner Meinung nach diese Kernstrategie des Fonds, möglichst nicht nach unten fallen, aber das ist, finde ich, auch gleichzeitig das Problem davon, denn dadurch wirst du eben die wirkliche Kraft der ganzen Aktien, die unter anderem auch dort enthalten sind, die ja wirklich gute Aktien sind, niemals wirklich entfalten, denn wir wissen doch, dass Aktien immer volatil sind, egal ob jetzt Microsoft, Wirecard oder auch eine Amazon oder so, Aktien sind generell volatil und wenn man jetzt sich gegen diese Volatilität zu viel absichern will, bezahlt man das eben mit Performance und das haben wir jetzt auch schon entsprechend in den vergangenen Jahren wirklich gesehen, dass der Fonds immer dann Probleme hat, eben in starken Aufwärtsbewegungen, eben durch diese Absicherung wirklich dann auch mitzuziehen, was ja auch dazu geführt hat, dass er bisher jetzt nicht wirklich auf die Gesamtbetrachtungszeiträume eine starke Performance erzielen konnte, aber man muss trotzdem natürlich fairerweise mit sagen, dass dafür man auch sehr viel weniger Volatilität hatte, aber ich persönlich denke mir dann, okay, wenn ich jetzt ein Aktienfonds will mit weniger Volatilität als der Gesamtmarkt, dann kann ich doch auch einfach, keine Ahnung, 60% Aktien, 40% Anleihen oder 70% Aktien, 30% Anleihen wählen und habe dadurch eben auch eine niedrigere Volatilität, weniger Schwankungen und habe aber nicht jedes Mal immer diese Begrenzungen, was die Performance nach oben angeht und das ist meiner Meinung nach in so einem Fall eine bessere Lösung. Aber warten wir nochmal mit dem Fazit ab. Ich möchte gar niemanden bei uns drin haben, das ist etwas, was für mich vollkommen klar ist. Ich möchte niemanden im Fonds haben, der nicht wirklich nachvollzieht, was wir tun, der sich nicht schlau macht, der nicht genau guckt, wie Strategie fahren wir, passt die zu ihm, will er das so haben, mit den Absicherungsstrategien und allem, was wir machen. Und wenn einer sagt, Müller, ich mache das, weil du machst das schon, sage ich, dich will ich nicht dabei haben. Entweder verstehst du, was wir tun, bist überzeugt davon und willst das so haben, dann herzlich willkommen, ansonsten such dir was anderes und so halte ich das auch. Ja, schöne Grüße an Nils nach Berlin. Okay, damit ist das Video dann auch beendet. Ich kann als Fazit sagen, ETFs, ich verstehe die Aussage dahinter, dass man sagt, das ist dummes Geld, indem man halt eben auch Unternehmen, die beispielsweise nicht mehr so solide sind, mit Kapital belohnt. Und trotzdem wird halt immer, wenn es operativ Probleme gibt und ein Unternehmen aus dem Index rausfliegt, ist auch nicht mehr in dem ETF abgebildet. Das heißt, es gibt ja auch manche Aussagen, die noch weit darüber hinausgehen, die sagen, ETFs sind Marxismus und schlimmer als Sozialismus und so. Nein, es findet kurz- bis langfristig immer eine Korrektur statt und ein Unternehmen, welches, nehmen wir mal dieses klassische Zombie-Unternehmen oder so, welches einfach sich auf Dauer gar nicht mehr durch operative Stärke halten kann, wird kurz oder lang aus einem Index rausfliegen. Wie gesagt, es gibt gewisse Aufnahmekriterien für diese Indizes und dann wird es auch entsprechend nicht mehr in diesen ETFs mit enthalten sein. Man kann also nicht pauschal einfach sagen, dass ETFs dummes Geld sind, würde ich jetzt mal hier konstatieren. Auf der anderen Seite muss ich schon auch sagen, dass dieses hundertprozentige ETF in den Himmel gelobe auch ein bisschen übertrieben ist. Ich habe gerade auf Instagram auch wieder von jemandem die Frage bekommen, warum nicht einfach nur ETFs kaufen, warum überhaupt Einzelaktien kaufen. Da habe ich mir mein Depot angeschaut und habe gesagt, wenn ich ein spannendes Investment finde, wo ich mir denke, das ist eine spannende Aktie, an diesem Unternehmen möchte ich langfristig beteiligt sein und dieses Unternehmen beispielsweise ist in keinem einzigen ETF irgendwo enthalten, soll ich dann deswegen irgendwie ganz pauschal stupide nur eine Sache wählen und sagen, das ist jetzt der heilige Gral und alles andere fällt irgendwie weg. Nö. Ich finde hier ist es immer am besten, wenn man einfach flexibel ist, wenn man sagt, ich habe die unterschiedlichsten Produkte, die ich am Aktienmarkt nutzen kann und deswegen, ich habe damals, meine ersten Aktien waren nun mal einzelne Aktien und ich werde auch immer bis in alle Ewigkeiten auch einzelne Aktien in meinem Depot haben, aber ich sehe gar keinen Grund, warum man nicht auch ETFs dazu nimmt. Ja, das war es erstmal für die kleine Reaktion. Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt. Wir haben noch viele andere Videos, auf die wir reagieren wollen. Unter anderem gab es ja auch noch eine gewisse Vorsitzende der Linken, die bei Markus Lanz zu Gast war. Da werde ich demnächst auch noch drauf reagieren und ansonsten wünsche ich euch erstmal jetzt ein schönes, rationales Wochenende. Wir sehen uns natürlich bei der Aktienanalyse am Sonntag und ansonsten bis nächstes Mal. Rationale Grüße und ciao, ciao.